hallo und herzlich willkommen zu ein bisschen lustiger im spiel kurve aber oder achten die kurve 2 ich weiß nicht so ganz wie man es nennt ich gehe einfach mal in irgendeine lobby let's go der link ist unten in der beschreibung falls ihr das selber mal zocken wollt macht wirklich einen haufen spart ich werde auch demnächst mal mit anderen leuten spielen ja ist auch schon alles ein bisschen aufgenommen zwinger zwinger wer spiele ich den wir spieltechnik ich hoffe ihr hört mich wenn das sound zu leise zu laut ist und im spiel machen aus uns wird es nämlich ein bisschen zu laut das würde mich ja gar nicht oder eigentlich naja kann man noch anmachen ich höre man hört mich ich mache dieses video nochmal mit sound und wenn ich demnächst wenn ich es mitkriege man hört mich nicht so gut mach ich mir ohne so oh ich bin das dritte weil ich mich zu also ich also Ah, fuck! Wollte schon mal was riskieren. Egal. Ich will nicht letzter werden. Hm, 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 hm. Das ist ein Informationsspieler. Das Spiel gerade zum gut dritten Mal. Ja, drittes Mal könnt ihr noch. So viel Erfahrung habe ich noch nicht. Ich bin ganz schlecht in dem Spiel, aber trotzdem macht es Spaß. Vor allem noch mit mehreren zusammenspielt. Ja, das war so klar. Passt schon durch, ne? Fuck. Immerhin drei Punkte. Oh, der Gelb ist gut. Was kostet? Hey. Ich hab da noch Schett. Na komm. Das ist so ein... Scheiße. Scheiße. Mhm. Ich hab mal gejuckt am Kopf. Du, du, du. das ist so ... Ja, einfach mal ge Creamern. Da wird er noch groß in letzter Sekunde. Das ist geil für die Hitze. Das war's für heute. Wow, vielleicht ich dann rum. Okay, land auf. Scheiße, falscher Knopf. Oh man, no. Das war der falsche Knopf. Ja, das ist gewonnen. Droh da. Scheiße, ich hab den falschen Knopf gelegt. Ich weigte das immer. Das fing da gut an. Hey, ich bin bei Platz 2 vielleicht mal. Mann! Ich heiz da voll Wurte. Aber Platz 2 mal, das ist schon gut. Jetzt gab ich vielleicht noch Chance an den Pfappen. Ich heiz da. Ich heiz da. Er hat so. Ach so. Woah! Woah! Jawohl, ich war doch noch não. auf noch wieder ein letztes arschloch doch laut gesagt So wird man richtig, macht man richtig mit bei dem Spiel da rausfließt, geht's ruhig ab. Hat der Gelbe dich mal geführt? Wo ist der Meiner? Ah, wo war der Meiner? Ach, da oben. Das war's mit der Büro. Aha. Hm. Vielleicht schaub ich ja noch ein Wort. Vielleicht. Eben hab ich mich noch nicht gesehen. Okay, da kommt der Gelbe. Warte, komm hier. So ein Arsch. Ah, er fängt auch auf. Wenigstens zwei Punkte. Warte, die es noch nicht mitgekriegt haben. Ich bin Pink. Ja. Scheiße. Ja, er kommt durch. Naja, er kommt durch. Aber ich hab zwei Punkte drin. Geht schon weiter. Sorry. Oh, das schlipp. Na gut, das war's für die Runde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.